Wir machen auf die Bibel Prediger, Kapitel 3, erste zwei Versen. Prediger 3, 1, 2. Alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Gott pflanzen hat seine Zeit und das gepflanzte Ausreihen hat seine Zeit. Soweit das Wort Gottes. Dass wir hier zusammengekommen sind, ist Gnade Gottes und das hat seine Zeit. Wir wissen aus der Praxis hier, dass wir hier vielleicht zwei Stunden sein werden und dann geht es nach Hause und dann ist es Zeit für Mittag. Dann ist es vielleicht Zeit für ein Schläfchen und dann ist es vielleicht Zeit für einen Spaziergang. Jeder hat das schon geplant fürs Wochenende meistens und alles hat seine Zeit. Und wenn wir hier lesen im dritten Kapitel, dann wird aufgereiht, was alles seine Zeit hat und das hat Gott alles im Voraus schon so bestimmt und so gemacht. Und im elften Vers, in diesem selben Kapitel steht geschrieben, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat hier ihnen ins Herz gelegt. Wenn ich jetzt die Frage in diesem Raum stellen würde, was ist das Allerwichtigste in unserem Leben, dann würden wir vielleicht verschiedene Antworten bekommen, aber ich bin überzeugt, dass die meisten sagen würden, weil die meisten Kinder Gottes hier sind, sagen würden, es ist wichtig, dass wir bereit sind für die Ewigkeit. Und im Gebet mit den Brüdern, mit Andreas und Wigta, wurde ich aufmerksam, dass Andreas schon erwähnt, Herr, mach uns bereit für die Ewigkeit. Dann dachte ich, das ist gerade das, was mir auf dem Herzen liegt heute. Ich möchte heute fragen jeden hier im Raum, bist du bereit für die Ewigkeit? Alles hat seine bestimmte Zeit. Ich weiß noch, wo ich 13 Jahre, fast 13 Jahre hier zu dieser Gemeinde zukam. Dann waren etliche Brüder, noch ganz jung, hatten ein schönes schwarzes Haar. Und wenn man jetzt sieht, hinten in den Bänken sitzt, oh, da kommt schon ein graues Haar. Dieser Bruder ist älter geworden. Und wir sehen, wie schnell die Zeit läuft und alles hat seine Zeit. Und ob wir wollen oder nicht, irgendwann kommt auch unsere Zeit, wo wir Abschied nehmen müssen oder vielleicht plötzlich von dieser Erde weggehen werden. Im Psalm 90, im 12. Vers, da steht geschrieben, Psalm 90, 90, 12, Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Sehr bekannte Psalm 90, das ist ein Gebet Mose. Und hier steht geschrieben, Lehre uns unsere Tage richtig zählen. Und wenn wir unsere Tage richtig zählen, ich zum Beispiel, dann werde ich ganz schnell darauf kommen, dass ich schon 62 Jahre lebe. Und in diesem Psalm steht geschrieben, unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist und so weiter. Also wir sehen, dass unsere Zeit, ob wir wollen oder nicht, ganz schnell davonläuft. Und wir haben hier in diesem Raum Kinder, Babys, die wurden geboren zu seiner Zeit, die wachsen schnell, werden größer und irgendwann kommt die Zeit und dann kommt die Ewigkeit. Wie wird es sein? Da. Kommen wir dahin oder nicht? Dieselselben Vers, was ich gelesen habe, hier aus Schlachter, Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen, steht in Luther ein bisschen anders geschrieben. Und das ist derselbe Sinn, aber ich denke, in diesem ein bisschen deutlicher für uns steht geschrieben, Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Wir Menschen sind so gemacht, dass wir uns sehr ablenken im Leben. Wir möchten überhaupt nicht nachdenken, dass wir sterben müssen. Uns kommt das so vor, besonders wenn man jung ist, dass es für immer so sein wird. Wie Bruder Ewald sagte, ich bin jung, kräftig, mir tut nichts weh, ich bin gesund, ich dachte, gut für dich. Aber die Zeit geht schnell und ich wünsche, dass du gesund und tapfer bleibst, aber es wird nicht immer so sein. Und Martin Luther sagte mal so, die größte Kunst unseres Lebens ist, wenn man sich bereit macht zum Sterben. Die größte Kunst. Warum ist das so? Warum sagt uns die Bibel ganz deutlich, Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen? Nun, am letzten Gottesdienst, ich denke, wir wissen noch, über was es ging. Die zweite Botschaft, da haben wir von Henoch gehört. Auch den Abstammungsregister haben wir gehört. Und der Bruder erwähnte, und er starb, und er starb, und er starb, und er starb. Und dann hat er auch diesen Vers gelesen, und ich dachte, Mensch, jetzt lest er noch diesen Vers, worüber ich auch predigen möchte, nächsten Sonntag. Und er hat gelesen, Hebräer 9, 27. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber auch das Gericht. Und ich kann diesen Vers nicht einfach so reißen, zusammen mit dem 28. Vers. So wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünde viele um sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten. Nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Aber so gewiss, wie der Mensch sterben muss, bestimmt ist, steht hier geschrieben. Und wir wissen, dass 100 Prozent, dass jeder von uns, natürlich, wenn Jesus Christus kommen wird und uns abholt, dann werden wir genauso sein wie hier, Henoch, werden wir den Tod hier nicht sehen. Aber wir wissen ganz genau, dass wir sterbliche Menschen sind und wir werden sterben müssen. Und genauso gewiss wird Jesus Christus kommen. Könnt ihr euch vorstellen? Genauso gewiss, er wird kommen. Steht geschrieben. Nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Wenn wir uns auf der Reise machen, ob das jetzt nach Deutschland ist oder Kuba ist oder irgendwo hin, dann machen wir sicher, dass unsere Papiere stimmen. Das ist das Allerwichtigste. Natürlich nehmen wir vielleicht Geld mit, Cash oder unsere Sachen, das ist klar. Aber wir müssen unsere Papiere mithaben. Das ist das A und O. Wir müssen den Reisepass mithaben, sonst können wir nicht im Flugzeug rein. Wir müssen aber auch unseren permanenten Resident haben, dass wir zurückfliegen können oder Citizen, wenn jemand schon ein Citizen ist, ein Passport, dass er Kanäder ist. Sonst geht es nicht. Und so ist es auch in unserem geistlichen Leben. Wenn wir einmal, und Gott weiß, wann es passiert, das ist nicht in unseren Händen, abschieben müssen, müssen unsere Papiere stimmen. Also, die Flug, der Ticket oder Flugkarte ist schon lange bezahlt. Jesus Christus hat am Kreuze für uns schon alles getan, bezahlt. Aber das Visum, ich würde so sagen, das müssen wir bekommen. Und das ist der Glaube. Wenn wir das Wort Gottes lesen, ohne Glaube können wir Gott nicht gefallen. Jesus Christus sagt, wenn ich auf diese Erde komme, werde ich Glaube finden. Und wenn wir das Wort Gottes aufmachen und lesen, ich habe leider nicht so viel Zeit, das alles zu lesen, aber ich werde es erwähnen. Johannes, Evangelium 11, von 21 bis 26, da ist die Geschichte uns beschrieben von Lazarus. Und da geht es um, Martha spricht mit Jesus. Und ich lese das, Johannes 11, von 21 bis 26. Johannes 11, 21 bis 26. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr. Dein Bruder wird auch verstehen. Martha spricht zu ihm. Ich weiß, dass er auch verstehen wird in der Verstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr. Ich bin der Verstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und weiter kommt das ganz Interessante, die Frage für dich und mich. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in der Ewigkeit nie sterben. Glaubst du das? Jesus Christus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Was für eine herrliche Botschaft. Die Frage ist nur, glaubst du ganz fest an den Herrn Jesus Christus? Glaubst du an das Wort, was wir in der Hand haben? Glaubst du das? Wenn ja, dann wird er dich zu deinem Kind machen. Wenn du Buße tust, das sagt das Wort Gottes, dann diese Wiedergeburt bekommst, dann wird er dich zu deinem Kind machen. Das lesen wir in Johannes 1,12. Wir kennen diesen Vers alle auswendig. Die ihn immer aufnahmen. Gab er recht, Luther sagt, macht Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glaubten. An seinen Namen glaubten. Wenn das passiert, wenn du den Herrn Jesus im Glauben hier am Herzen reinlässt und er dein Herr und Heiland wird, hast du dieses Visum. Brauchst du dir keine Angst zu machen. Johannes 3, 3, 5 Wir kennen diese Begebenheit sehr gut. Ich sage heute nichts Neues, weil ich mich nur erinnere, wo Nicodemus zu Jesus kommt und dann sagt, Jesus ihm ganz deutlich. Johannes 3, 5 Ich mache das auf. Es ist immer besser, wenn man das liest, dann hat das mehr Kraft. Jesus antwortet, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes angehen. Wasser ist das Wort Gottes, Geist ist der Unterpfand, der Geist Gottes, was gehört die Dreieinigkeit Gottes, was wir bekommen in unseren Herzen, wenn wir uns bekehren. Busse tun und bitten, dass der Herr Jesus in unser Herz kommt. Und er sagt das zweimal. Im dritten Vers sagt Jesus dasselbe in diesem Kapitel. Wenn jemand nicht neu geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. ganz deutlich. Also, durch den Glauben sind wir gerechtfertigt, sagt Paulus in Römer 5, 1 und haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben sind wir gerechtfertigt und haben mit Gott Frieden. Am Freitag rief mir mein Bruder an aus Deutschland und ich guckte auf die Uhr und denke ich, Mensch, ziemlich spät, wieso ruft ihr an? Da kam eine ganz leise Stimme. Cornelius, ich will dir keine Überraschung machen, ich will dir Bescheid sagen, ich liege in einer Intensivstation in Euskirchen, habe große Herzstörungen, wurde mit dem Krankenwagen weggefahren, betet für mich. Drei Jahre älter als ich. Wir haben natürlich viel gebetet, ich habe direkt einen Krankenchat geschrieben für die Kinder, bis jetzt schon nach Hause, aber er sagte, alles ist gut, ich will nur, dass du keine Überraschung erlebst, wenn ich auf einmal weg bin. Ich bin bereit. Wie schön. Wenn das Visum da ist und wir bereit sind. Nun, ich habe heute nichts Neues gesagt, aber die Frage hier im Raum steht, bist du bereit für die Ewigkeit? Die Zeit geht schnell. Wir sind manchmal so beschäftigt, dass wir denken, alles haben wir noch vor uns. Das ist ja alles kein Problem. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob wir von diesem Unfall gehört haben, bestimmt hier, vor kurzem ist ein Mann am Treppenhaus gefallen, hat sich das Knick gebrochen mit 52 Jahren. Kerngesund gewesen. viele Leute rundum. Ich könnte eine ganze Liste durchlesen, was ich kannte, was gestorben sind in den letzten, in den letzten zwei Jahren. und immer wieder bekomme ich Informationen, sie ist weg, sie ist weg. Letzte Woche rief mir mein Freund Boris Hardan, sagte, unsere Lehrerin Friesen, Elisabeth, Elisabeth Petrovna auf Russisch ist gestorben, aber sie hat sich verbrennen lassen und naja und so weiter. Und der Nachbar, jünger als ich, der Kamerade, jünger als ich, Arbeitskollege, jünger als ich, alle gehen in die Ewigkeit und ich frage mir immer, Herr, waren die bereit, dich zu begegnen oder nicht? 2018 sind wir nach Deutschland geflogen und meine Frau waren fröhlich wie jeder, wenn man sich auf den Weg macht, kam in Winnipeg an dem Register, da an dem Schalter und die Frau sagte, okay, can I see your papers? Of course. Dann hat sie alles geguckt, die ich checkt und dann sagt sie zu mir, are you guys planning to stay in Germany? I said, no, no, we're planning to come back. Can I see your permanent resident, please? Of course, no problem, habe ich denen gegeben. Dann sagt sie, oh, they expired. Was? Die sind nicht mehr gültig? Ja, ich hatte die neue zu Hause auf dem Tisch liegen lassen und habe die alte mitgenommen. Gut, ich könnte anrufen meine Tochter und sie hat uns den dazu geschickt. Wir waren drei Wochen da und wir könnten ruhig nach Hause fliegen. Aber es ist unmöglich zu tun, wenn man das jetzt vergleicht mit der Ewigkeit. Wir können nicht sagen, oh, Herr, warte, 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 warte jetzt, jetzt, gib mir noch einen Atem, ich will mir jetzt, ich will noch alles machen. Nein. Wo ich jetzt das erste Mal über den Ozean geflohen bin nach Kanada, da war ich so begeistert, dass ich jetzt zehn Kilometer näher zum Himmel bin. Mir kamen solche Gedanken in meinem Herzen und kamen solche Wörter, ich werde ich übersetzen. Ich bin вперwые in der Welt in der Welt lege durchs Ozean, in der Welt bin ich in der Welt , wie in der Welt in der Welt bin ich in der Welt bin ich in der Welt Wir können übersetzen, ich habe mich gefreut, dass ich im Ozean geflohen bin und war so begeistert, dass wir jetzt fliegen können und habe gedacht, in jedem Land, wo wir hinwollen, können wir mit dem Flugzeug fliegen. In der Luft können wir dahin fliegen, aber in die Ewigkeit dahin gibt es kein Ticket, aber der wird uns in der Hand gedrückt, wenn wir nicht wollen vielleicht oder dann, wenn Gott sagt, jetzt ist die Zeit, aber wir können nicht buchen und sagen, jetzt fliege ich dahin und schaue mir das mal an, aber wir können uns vorbereiten. Warum sage ich das über diesen permanent resident, dass der nicht gültig war? Wir Gläubige, wir machen uns oft, liegen uns diesen Ruhekissen unter den Kopf und sagen, ich bin wiedergeboren, ich bin bekehrt getauft und bin in der Gemeinde, was kann mir noch passieren? Ja, der Herr Jesus wird uns nie aus seiner Hand reißen lassen, nie. Er ist der Anfänger, ein Veränder des Glaubens, aber er gibt uns Warnungen, dass wir das, was er uns gegeben hat, festhalten, dass wir unseren permanent resident oder unseren Visa nicht verlieren, dass er nicht auf einmal ungültig wird. Und in Matthäus, Evangelium 5, 8, da steht geschrieben, Seelis sind die, die reines Herzens sind. Da sagt Jesus Christus in der Bergpredigt. Denn sie werden Gott schauen, wo wir die Wiedergeburt bekommen, wo wir Buße tun, wiedergeboren werden und bitten, dass der Jesus in unser Herz kommt, wird unser Herz rein. Weiß wie Schnee, rein. Aber er möchte, dass wir dieses Herz auch so behalten. Sprüche 4, 23, da steht es geschrieben. Ich sage es mit meinen Worten, dass wir über alles unser Herz bewahren. Wir haben in der Freizeit darüber den ganzen Tag eine Botschaft gehört. Ich meine ein Thema. Und das war gewaltig. Bis jetzt weiß ich noch, wie wichtig das gemacht wurde damals und wie wichtig das ist, dass wir als Gläubige auf unser Herz aufpassen. Da geht so viel rein. Weil aus unserem Herz kommt das Leben, steht geschrieben im Sprich. Das Zweite. In Matthäus 7, 21 steht geschrieben, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, will in das Reich des Himmels eingehen, sondern der den Willen des Vaters im Himmel tut. Wir als Gläubige, wenn wir die Bibel lesen, werden ganz schnell herausfinden, was der Wille des Vaters ist. Ich habe jetzt leider keine Zeit, das alles aufreihen. Aber hier sehen wir wieder eine Warnung. Nicht jeder, der sagt, Herr, Herr. Sondern wir müssen dann auch streben, dass wir den Willen des Vaters tun. Und in Hebräer 2, 14 steht geschrieben, Jagd nach dem Frieden mit jedem Mann und die Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wisst ihr, ich lese es noch einmal, jagt nach dem Frieden mit jedem Mann und die Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wisst ihr, wie wichtig das ist? Wir werden den Herrn nicht sehen, wenn wir nicht in Frieden leben mit unserer Nachbarschaft, mit unseren Arbeitskollegen, mit unseren Brüdern, mit unseren Schwestern. Und den Frieden, der gibt es nicht so einfach. Hier steht geschrieben, Jagd. Entschuldigung, dass ich jetzt wieder erwähne von einem Jäger, aber ein Jäger ist konzentriert auf einer Beute. Er will diese Beute bekommen, egal was. Und er spendet die Zeit, gibt sich Mühe und er wird da sitzen und warten, bis es gelingt. Natürlich ist alles in Gottes Hand, aber er jagt danach. Und so steht es geschrieben, Jagd nach dem Frieden. Dem Frieden gibt es sich nicht einfach so. Wenn man Frieden haben will mit jedem Bruder und Schwestern, dann muss man sich demütigen. Vergeben. Nicht Afterreden. Nicht Böses wünschen. Friedlich sein. Freundlich sein. Bereits sein, kommende Hand zu strecken. Nicht nur so tun, ob man ein Christ ist. Wirklich das ausleben. Denn Frieden nachzujagen ist nicht einfach. Manchmal will man schlafen gehen, dann ist es so eine Familie. Da kann man nicht mehr zusammensprechen. Wie kann ich so zum Gebet gehen? Weil ich bete mit meiner Frau und früher haben wir mit den Kindern immer zusammen gebetet. Wie kann ich so schlafen gehen? Es ist unmöglich. Ich will Frieden. Ich will im Frieden schlafen gehen. Im Frieden beten. Da muss ich Frieden schließen. Egal, was mir das kostet. Ob ich das Recht bin oder nicht. Und wir Menschen sind so, ja, der hat hier, der ist ja schuldig. Der hat mir das Böse angetan. Und hier steht es ganz deutlich geschrieben. Jagd nach dem Frieden mit jedermann. Es ist so wichtig. Es ist ganz schnell auf die Arbeit. Es ist getan und dann hat man schon eine brennende Situation und dann kann man sich schon zanken. Aber wie wichtig ist es, wenn man zur richtigen Zeit einfach das Richtige tut und dem Herrn Gefalle tut und im Frieden weitergeht. Und die Heiligung steht geschrieben, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Heiligung in unserem Leben ist ein Prozess. Wenn wir uns bekehren, bekehrt unsere Seele sich. Unseres Inneres. Wir bekehren uns, aber unser Leib bekehrt sich nicht. Und wir müssen immer wieder ablegen und ablegen und der Heiligung nachstreben und nachjagern. Und immer wieder klebt die Sünde. Und wir müssen immer wieder dem Teufel widerstehen mit den Worten Gottes. Es ist ein Kampf, ein täglicher Kampf. Wir sind Heilige, abgesonderte Leute, abgesonderte Volk. Deshalb ist es so wichtig in unserem Leben, dass wir zu jeder Stunde bereit sind, wenn es auf einmal so vorgesehen ist von Gott, dass es in der Autobahn einen Klaps gibt und wir nicht mehr da sind. Das kann schnell passieren. Dann sind wir bei dem Herrn. Dann sind wir bei ihm. Ich möchte schließen mit Philippa 3,20. Da steht geschrieben, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Ich habe das schon gelesen. Und wir haben heute dieses wunderbare Lied gehört von der himmlischen Heimat, den Russischen. Ich dachte, was für ein Geschenk, dass wir das hören dürfen. So deutlich und schön. Wir haben eine herrliche Zukunft. Aber die Frage ist, bist du bereit, wenn du jetzt rausgehen wirst aus dem Gemeindehaus? Und wir wissen nicht, ich wünsche jedem vier Jahre und Gesundheit, aber wir wissen nicht, dann kommt die Zeit und dann ist man weg. Ich wollte nach kurz erzählen, übersetzen dieses Gedicht, was ich schon vielmal erzählt habe, aber der Sinn, der passt zu dieser Botschaft und der ist so voll. Vera Kuschnir schreibt dieses Gedicht, das heißt Langarone. In Ungarn gab es eine Stadt, Langarone, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Ein kleines Städtchen, da lebten 200 Bewohner oder Einwohner in dieser Stadt. 2.000, 2.200 so. Und diese kleine Stadt, die befand sich in einem Tal, herrliche Gegend. Schöne Bäume, Berge und oben zwischen den Bergen, da war ein großer Damp, ein See und Damp ist auch auf Deutsch Damp, oder? Ein Damp. Und da fiel das Wasser rein und es war hübsch und schön. Da sind viele Touristen hingekommen und haben das beobachtet, besonders nachts, wo der Mond schien. Dann hat das, das Wasser war kristall, sauber, das war ein herrliches Bild. Und viele sind da zum Kur gefahren, Kurort. Und wie immer, diese Stadt, müde von dem Tag, alle legten sich schlafen nachts und auf einmal, plötzlich, passiert ein Unglück. Und die meisten von diesen Bewohnern, die dürften nicht mehr den anderen Tag sehen. Und das ist eine wahre Geschichte. Ich habe nachgeforscht, aufgrund dessen dieses Gedicht geschrieben ist und deshalb erzähle ich es hier. Es geschah, dass ein Stück von dem Berg, ein Spalter, ein großes Stück runterfiel in den See, durchbrach den Damp und das Wasser mit einer großen Welle ging auf das Dorf. Und das Dorf wurde abgewischt in einem Null. Von diesen 2.200 blieben ungefähr 200 Menschen am Leben. Sagt mal, liebe Brüder und Schwester, wer hat damit gerechnet? Man geht zur Ruhe, man geht schlafen und man wacht auf in der Ewigkeit. So ist es in unserem Leben. Ich könnte das Gedicht erzählen, aber die Zeit erlaubt das nicht mehr. Deshalb möchte ich noch einmal uns allen wünschen, dass wir uns überprüfen. Uns nicht in Ruhe, Kissen unter dem Kopf legen und sagen, ja, ist alles gut mit mir, prüft euch, ob ihr bereit seid. Es kann auf einmal ganz plötzlich passieren und dann sind wir nicht mehr da. Werden wir uns in der Ewigkeit sehen? Wir wollen ja alle dahin. Wir wollen alle dahin. Und Gott hat alles gemacht dafür. Er hat ein Ticket bezahlt, er hat sein Blut vergossen, er hat uns erkauft, erlöst und er bemüht sich, durch die Brüder, durch sein Wort, durch die Zeugnisse, die Leute aufzurütteln, dass sie gläubig werden. Dass sie diesen Visum, diese Hoffnung, diese Überzeugung, dass sie gerettet sind, im Herzen tragen können. Dass ihr dein persönlicher Retter und Erlöser werden könnt und dann kann uns nichts passieren. Dann haben wir nur noch einen neuen Anfang. Der Tod ist die Tür in Ewigkeit. Möge Gott uns segnen im Nachdenken. Wir stehen nachher auf zum Gebet. Herr Herrmann, ich bin ja auch schon mal zu sein. Ich bin ja auch schon mal zu sagen, dass wir eine Warte zu sein, dass wir eine Warte zu sein sind. Wir sind ja auch schon mal zu sein, dass wir in der Vergangenheit sein können. Amen. 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 Amen.